Hollywood Goes Alpenidylle. Dieser Stargast sorgt für Wirbel auf der Bergwacht. Vom GNTM-Laufsteg auf die Alm. Heidi Klum, 50, hat eine Gastrolle in der beliebten ZDF-Serie Die Bergretter ergattert. Der Berg ruft. Heidi Klum bekommt Gastrolle in ZDF-Serie. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Zwar lebt unsere Heidi im warmen L.A., für einen Gastauftritt in der ZDF-Serie Die Bergretter lässt es sich die GNTM-Model-Mama allerdings nicht nehmen, nach Ramsau am Dachstein zu reisen. Dort, inmitten einer wunderschönen Alpenidylle, fanden zuletzt die Dreharbeiten für die 15. Staffel Die Bergretter statt, mit Heidi Klum in der Rolle der Isabelle Klett. Es ging hoch her und ich hing im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön in den Seilen. Dieses Mal musste ich selber an meine Grenzen gehen. Den Muskelkater habe ich nächste Woche noch. Von der Kuss-Szene mal ganz abgesehen, plaudert sie gegenüber der Bild aus dem Bergwacht-Nähkästchen. Enthüllt, die ganze Wahrheit hinter dem Bergwacht-Dreh mit Heidi Klum. Wie es zu dem Klum-Schem-Gastauftritt kam? Ganz einfach, Heidi Klum und Göttergatte Tom Kaulitz, 33, sind bekennende Bergwacht-Fans. Das ist eine richtig gut gemachte Serie. Wir haben im Prinzip alle Folgen durchgeguckt, verriet der Tokio Hotel Schnuckel erst kürzlich in seinem Podcast Kaulitz Hills. Als Serienstar Sebastian Ströbel, 46, alias Markus Koffler davon Wind bekam, startete er prompt einen Instagram-Aufruf. Und siehe da, tatsächlich hat sich Heidi kurz darauf bei mir gemeldet und dabei den Wunsch geäußert, bei uns auch mal mitzuspielen bzw. gerettet zu werden, so Ströbel.